Du musst den angegebenen Bereich verteidigen. Laufe zum Bereich in der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Traktoren herbeigerufen. Papusphalosaurier herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 25%. Traktoren herbeigerufen. Gereichsverteidigungsfortschritt 50%. Traktoren herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 75%. I need you guys. Bereichsverteidigungsfortschritt 25%. Dein Team schließt Ziele schneller als das gegnerische Team ab. Folge dem Wächter. Auf zur nächsten Mission. Bereichsverteidigungsmission wird initiiert. Kampfbereich wird vorbereitet. Du musst den angegebenen Bereich verteidigen. Laufe zum Bereich in der Nähe der Markierung und verteidige ihn. Antirach herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Bereichsverteidigungsfortschritt 25%. Ilocosaurier herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Traktoren herbeigerufen. Dein Team schließt Ziele schneller als das Gegner. Dein Team schließt. carrot es zu verändern. Jetzt können wir uns in den letzten Kaffee fahren. Ich bin auf dem Weg. Kommt der Wächter. Kommt der Wächter. Kommt der Wächter. Kommt der Wächter. Schließt die Wächter. Kommt der Wächter. Der Tierarzt ist unterwegs, wie nach, dass die Säure herbeigelegt werden. Oh, that's the good stuff. 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 Ein Dinosaurier herbeigerufen. Ein Dominator wurde für dein Team erschaffen. Kontrolliere einen Dinosaurier und reiche die Gegner direkt an. Habe uns Dinosaurier herbeigerufen. Dinosaurier herbeiget. Hmmm... Ettlich kann man ihn nicht. Gasneosaurier herbeigerufen. Gasneosaurier herbeigerufen. Gasneosaurier herbeigerufen. Das gegnerische Team hat seine Stile zuerst erweicht. Behalte die Zeit immer im Auge. Gasneosaurier abgeschlossen. Kampftest abgeschlossen. Du hast gewonnen. Leistungsevaluation für das Subjekt abgeschlossen. Dein Kampf wurde als besonders zufriedenstellend für dich bewertet. Bitte setze die restliche Zeit zur maximalen Erholung ein. Die E-Splosionen verliehen. Musik in meinen Augen. Sehen wir die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an. Sie sind die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an. Sie sind die besten Exofighter dieses Kriegsspiels an. Sie sind die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sandy, show Chief what you found Comparison of this audio transmission and camera footage have revealed a match The Exo Fighter responsible for Magnum's death has been partially identified Alias Durban I have logged his ExoSuit model and markings and can identify it in combat This Durban is out there stabbing his own teammates in the back He killed Magnum I'm going to find him in the war game It's what Magnum deserves Look, maybe you could beat him Even with that wound in your side But then what? Magnum had a plan He wanted us to have this data And it looks like And it looks like Durban killed him for it Olders Have you made any progress on that data? Sorry Chief The transmission got cut off too soon So there's a way out of all of this But Durban's the only one who knows what it is There's something else Before Magnum's signal cut out That's a Vortex That must be how he got into Magnum's dimension Could be But look Watch us He's controlling them I don't know how he's doing this But one thing's for sure Durban is not just another Exo Fighter So what? He gets a free pass? He killed Magnum And that means we are taking him out The longer we wait The harder that will be Wrong We wait We watch We find out what he wants When we know that We pick the time Your Majesty Until you're healed Ace takes the suit That's just the way it is Ugh Come on Bis zum nächsten Mal.